Und wir sind wieder zurück bei einer neuen Folge Saints Row 3. Wir haben in der letzten Folge den Flugzeugträger von Stagg in die Luft gejagt. Und was für eine waghalsige Aktion, die uns aber geglückt ist, da sie unser Penthouse ja nicht wirklich zerstört haben. Aber guckt euch mal an, wie das hier ausschaut hier. Oh, ja so kann man es auch machen. Hier, da, Blut, überall, Einschusslöcher. Die Bilder hängen schief oder sind gar runtergerupft. Noch mehr, was soll das denn sein bitte? Hat da jemand mit zu viel Tinte rumgespielt? Naja. Blah, blah, blah. Warum macht... Es wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt hier so Fußabdrücke reinbringen könnte. Aber nein, so gut ist die Technik, das spielt es nicht. Aber das weiß man ja, wenn man Saints Row kennt. Gut, hier sieht es aber echt nicht. Oh mein Gott, die schöne Sitzecke. Ja, das hier ist so geblieben. Ja, na klar. Mal kurz oben an die Bar schauen. Ah, guck mal, die Küche. Die ist auch so... Ich meine, es ist immer so ein kleiner Rundgang durch unser Penthouse. Warum auch immer, weil mir gerade langweilig ist und ich das machen möchte. Wo war die Bar? Hier war sie nicht. Hier war die Bar. Hm, ja, es sieht alles noch aus wie vorher. Ein riesiger Flügel. Und immer noch jede Menge coole Getränke. Naja, egal. Dann gehen wir jetzt mal ab. What? Verbotszone? Shit! Weg hier! Genau, knallt unschuldige Zivilisten ab. Und nicht mich. So. Bargeld abheben. Wartet mal kurz. Ist natürlich auch doof, wenn man anfängt mit dem Spiel und dann seine Anlage hier laufen lässt. Im Hintergrund anstatt die Kopfhörer zu nehmen. Oh, Viola hat ein... Hm, was machen wir denn jetzt? Viola oder Kinsey? Ich mach mal Viola. Hallo? Geht zu den anderen. Komm zu der broken Shillette. Ich mach nicht Pubfood. Too bad. Ich bin fertig. fucking around. Haha. Jawohl. Ab in den Raycaster, der mir nicht gehört. Also ich weiß nicht. Die Mission hat eine fernre Chance. Ich habe leider keine Ahnung, was wir da jetzt machen. Kann ich euch nicht sagen, aber es geht mal wieder zum Broken Shillelagh. Shillelagh? Ein komischer Name von der Bar. Hört sich irisch an, so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Aber der ist jedes Mal dabei. Jawohl, lass mich in Ruhe. Ich will doch einfach noch ein Bier trinken. All right, ich bin fertig. Ich will Kilbane. Du willst zu Killbane? Du musst ihn zu Killbane verletzen. So, was? Wir ihn verletzen? Kannst du nicht nur den Barsch? Geben die Maske von Kilbane, und alles, was ist Eddie Pryor. Es ist schlimmer, als ihn zu töten. Ich weiß, das ist mehr von Angel. Killbane wird niemals auf Engel verletzen. Er ist mehr Angst von Angel, als ich. Ja, keine Offenheit, aber du bist ein bisschen schrecklich. Killbane, du wirst nicht heiß in der Speedo sehen. Okay. Die RC-Gun. Du brauchst ihn, um die Luchdruck-Vehikeln zu kontrollieren. Können wir sie einfach schießen? Die sind supposed to look like Accidents, weißt du? Ist er aus hierher funktionieren? Ja. Wunderbar. Sehr gut. Also, wir haben jetzt hier... Ich weiß, ich bin besser als er. Und du denkst, du wirst mich? Okay, also wir müssen jetzt anscheinend... Luchador-Wägen. Ähm, hier haben wir diese Fernbedienung steuern. Und Killbane... So, irgendwie erwischen. Es war so, dass es nach einem Unfall aussieht. Und wer besser, um die offiziellen Linie zu erinnern, als der Champion himself, Killbane? Oh ja. Die Sporthalle. Und die Architektur der Demand. So, stay tuned, als die Pressekonferenz wird geschehen, wenn du fliehen, aus dem 3-Konferen-Kassino, in den Arm. So, na komm. Polizeiautos. Mörder, 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 Mörder! Okay. Ist das ein Fußgänger? Jawoll, bam. Hau sie alle weg. Ja genau, aber erstmal voll gegen den Boden fallen. Mann, jetzt lauft doch nicht weg und fügt euch eurem Schicksal. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, die muss so eine Angst vor dem Tod haben. Kann ich gar nicht verstehen. Ja, das Teil ist besessen. Der Teufel wohnt in ihnen. Ist der dadurch nicht gestorben, wird's hier da? Das grüne Bunny doch. Oh, 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 oh. Ist mit dir? Du, oh. Der, alter. Der ist gut im Ausweichen, du. Komm her. Bam. Ja. Deine Karriere ist im Arsch. Der hat jetzt überlebt. Aber jetzt ist er tot. Aber dafür liegt die andere noch. Steh auf. Gibt's noch nicht. Egal. Nehme ich ja den hier mit. Begib dich zur Tankstelle. Reicht das Signal bis dahin aus? Ich hoffe doch. 0,8. Okay. Ja, warte, passt. Fahr mit dem Auto in die Zappsäule. Hihi. Jetzt bin ich mit Vollgas. Jawoll. Sehr gut. Was machen wir jetzt? Hafen. Ich weiß aber nicht genau, wozu wir das jetzt gemacht haben. Ah. Okay. Jetzt verstehe ich das. Wir wollen ja selbst am Murder Brawl teilnehmen. Und wir müssen den ganzen Teilnehmer weghauen. Ne, gut. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Du musst dich zu weit. Jawoll. Ähm. Ja, wie gesagt. Wir müssen jetzt hier quasi die ganzen Gegner von Kill Bane im Murder Brawl verschwinden lassen. Auf mysteriöse Weise. Ah ja. Irgendeins. Tja. Pech gehabt. Weißt du was? Die Atomischen Böden sind sicher. Böden. Gefährliche Dinge. Nicht so gefährlich als Helikopter. Traskin Teddy ist auf einer Skytour in der Stadt. Skytour? Keine Enemie. Keine selbst. Jetzt kommt wieder Jane Valderrama mit einem Bericht. Wahrscheinlich. Aha. Breaking News. Blood has chummed the water of Steelport as two boats lost control within minutes of each other, resulting in the deaths of the drivers, other boaters and partygoers on a nearby pier. Is this a boating stunt gone horribly wrong or is death smoothing out a wrinkle in his design? This is Jane Valderrama with a Breaking News report. So. Gib mir diesen Hubschrauber. Stürze in den Hubschrauber. Ah, da vorne fliegt noch einer. Sehr gut. Wo mein Signal schwindet. Nur noch 0,4. Hallo, was fährst du wieder? Hallo, 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 hallo. Nicht zurückfliegen. Komm her zu mir. Did he just jump out? No, that was the pilot. Trashcan must be flying now. Don't lose him. I won't. Yeah, bub-b-b-b-b-b-b-b. Jawohl, erwischt. Yes, no. There any more? I've saved the worst for last. El Presidente. What? Oh, he's raced out to Stag for protection. He's afraid that Cobain will try to kill him before the match. He's half right. Time to take over a tank. I think Stag's about to cause an accident. Hehehe. Hehehe. Jetzt kommt ein Panzer. Jawohl, da freue ich mich drauf. This just in. It was shades of the great bootlegger recall of 07, as yet another mechanical failure resulted in a fatal mid-air helicopter crash. Citizens of Steelport, a word of advice, pull over now. This is Jane Valderrama with a breaking news report. My training is a threat. Oh! BAM, hauen wir da weg. Wie ist denn hier? Na komm, wo bist du? Wo bist du? Hast du Angst vor mir? Ei, 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 haltet die Klappe. Lass mal den Pferd. Na los. Nein. Musst du den Türm erwischen. Jawoll. Sehr gut. Alle aus dem Weg geschafft. Ladies and gentlemen, the Stillwater Butcher has graced us with their presence. You want to fight the best? You fight me. The best? The best is beating Sway the Spider God in a Tijuana scaffold match. The best is defending the world title 13 times in one night. The best is winning a last man standing match with two broken legs. Trust me, little Icarus. You're flying too close to the sun. Oh my god, quip in you bitch and put your mask up. If you want to be broken by the walking apocalypse, I will gladly oblige you. Oh yeah. Eine ferne Chance geschafft. Also wir werden gegen Killvain antreten. Voraussichtlich. Alter, wie schnell das mit dem Level geht. Verrückt. Nur weil wir so niedrig sind vom Level her. Wir haben gerade mal die Hälfte. 50 ist ja das höchste Level. Hallo. Hehe. Na, jawoll. Ähm. Jawoll, schauen wir mal in die Verbesserungen rein. Gesundheit, Regeneration, Verbesserung 3 ist gut. Tudum. Halt, da wollte ich jetzt nicht hin. Äh, hier. Bandenfähigkeit wurscht. Obwohl begleiter Hubschrauber gar nicht so schlecht ist. Da bringt er dir immer einen Hubschrauber vorbei. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt 3-Count-Übernahme oder R-Steel-Port? Mach hier das. Angel. Quasi die Mission weiterführen. Damit wir nicht so durcheinander kommen.